Die neue Angel-Olin-Wald-Holz, das Upgrade für deine Fashion. Wechseln jetzt und erlebe es selbst. Von der Schlauchflecken einfach weg. Sehr gut. Eine strahlende Pum mit Polz. Sehr gut. Geiles Ziel. Oder was? Schatzi, er hoppelt nicht so toll. Schau. Weil er sich ankackt. Man kann nicht hoppeln und scheißen. Schau sie an. Ja, sie ist ein... Ein Pummi. Ja. Alles neu. Supervoll. Voll. Schöner Teppich. Gesteppert. Er wird voller Scheiße sein. Nein. Er kackt nicht. Es taugt in dein Ohr aber draußen. Ja, es ist ein Pummi. Ja, stopp!